ok waffen einmal diese waffe als zweiter folgt die dann haben warum immer und die gefällt mir am besten fahrzeug brauche ich nicht ich brauche nur waffen danke für die nette waffenlieferung einmal zweimal und dreimal so wo muss jetzt hin karte oder kann schon fleisch und irgendwie ausrüsten keine mods ja stimmt ich habe ja seitdem auch keine großartigen sachen mehr gemacht sind zwei kilometer könnt ihr mir kurz den schrauber leihen bitte bitte ich hätte mir doch echten jet holen sollen fliegt mir nicht weg man bitte bitte danke danke bitte bitte danke so jetzt gibt es ja nie danke sehr es wird sich so freundlich was mit dem mache aber ich brauche einfach den heli es gibt für die mal die rache auf jeden fall werde ich dem die ravello keine kugel verpassen jetzt habe ich schon eine kugel verpasst du siehst einfach nur einen weißen bildschirm da passiert gar nichts mehr ich weiß nicht was passiert wenn man den keine kugel verpasst ui landen okay das war sehr positiv damit habe ich jetzt nicht gerechnet aber na gut vielleicht bin ich jetzt direkt in der nähe davon und muss nicht mehr die ganzen nein ich hab den ganzen weg von neu fliegen wie schön ist das denn war ja nicht so dass ich den ganzen weg geflogen bin schon habe ich jetzt meine waffen jawohl die habe ich alles will ich weil letztes mal hatte ich nämlich nur einen schuss raketenwerfer und damit tut man sich schon doch schwer wenn man nur eine raketen hat wollte erst einmal wird es versucht mit raketenwerfer doch ein bisschen mehr bumms als raketenwerfer allgemein die verfolgen den ja deswegen könnte es da schon die möglichkeit geben nein nicht gegen den baum das ist auch dieser scheiße ja so lange ich sterbe so und in diesem stadion geht es jetzt zur sohn von medici mission ich verspreche euch ihr tod wird nicht umsonst gewesen sein aus der asche von die ravellos geliebten flammen wird medici sich erheben das volk von medici wird sich erheben wie ein phönix die freie welt jubelt mit euch genießt euren sieg bürger von medici denn heute endet dieser krieg riko für die man für ganz medici die ravello ist noch da draußen wir müssen ihn finden und ihn töten hey wieso feiert ihr beiden nicht viele gute männer sind gestorben annika wir haben gehört dass ein großer helikopter den zentralen kontrollturm verlassen hat bevor er eingestürzt ist wo ist er jetzt meine quelle sagt er ist in den vulkan geflogen und bis jetzt ist er nicht wieder gesehen worden leute wir können ihn nicht entkommen lassen los schnappen wir ihn uns für die ma wir treffen uns am vulkan seid vorsichtig die ravello wird sich nicht einfach ergeben jetzt kommen wir dich holen du bastard du das ist auf jeden fall dann mit die letzte mission danach gibt es ja dann die extra folgen durch extra folge also es wird jetzt nicht besonderes einer mehr sein naja mal schauen acht kilometer das finde ich sehr positiv dass ich den düsenjet ab dass ich den düsenjet okay erst mal acht kilometer stufe rausfliegen hat auch mal was eriko ich hab nachgedacht was hast du vor wenn die revolution vorbei ist und unsere freiheit und den ganzen kram haben was dann ich das weiß ich noch nicht ich habe überlegt ins große business einzusteigen aus einigen meiner garagen autohäuser machen verkäufer werden weißt du wirklich unsere verkäufe sind revolutionär unsere preise sind ja pure wahnsinn das meint ihr doch nicht ernst wir fangen klein an du wohnst bei meiner gran madre wie damals als kind wir stecken zeit in das auto und machen es fertig mal sehen mario wenn die ravello weg ist genehmige ich mir als allererstes ein drink an einem ruhigen strand allein haha wie du bist frothre aber danach erobern friege und etc die welt des autoverkaufs ich nehme dich beim wort ok ich bin extrem langsam geflogen damit man das komplette gespräch mit bekommt jetzt bin ich auch angekommen einen kilometer vor schluss der velos helikopter hat ein bavarium schild ah ja klar bavarium schilde halten mich nicht auf jetzt oder nie fratri mach ihn fertig rein damit dir er taucht garantiert auf der vulkan ist sogar noch aktiv sehr interessant oder wieder aktiv geworden man weiß es ja nicht es gibt ja wohl keine die ja jahrzehnte oder jahrtausende ruhig waren und auf einmal wieder denken sie müssen aktiv werden 8 km in die tiefe los geht's den vulkan erreichen dabei sind wir schlecht bei dem vulkan los geht es dann wohl jetzt das ist die ravello hat mich verändert aber wir versuchen es erstmal nochmal und dann versuchen meine taktik wenn es nicht funktioniert aber ich hoffe es funktioniert ganz direkt im ersten anlauf das ist ja ja tolle ich hatte dann ein bavarium na was sagen sie dazu oi mach dann mal warme schulde aus jetzt hier Oh, das ist sehr... Nein! Direkter Treffer von ihm. Auf jeden Fall... Ach, echt? Aber mit dieser Waffe, die ich jetzt habe, das tut ihm auf jeden Fall sehr weh. Dann werde ich nicht meine Taktik benutzen. Habe ich gerade mal so entschieden. Darf ich erst mal in die Sekunde gehen? Kommen Sie heraus, dann sterben Sie wie ein Mann, Rodriguez. Mach dein Barbarium aus. Das Schild ist auf, Rico. Alter, ihr kreizt doch an, wenn das Schild aus ist. Scheiße, Mann. Ja, weiter, Sarico. Friss. Warte, bis der Schild offen ist. Haha, hallo. Hallo. Die Zeit, der Spiel ist vorbei. Wow, Alter. Mach dein Schild aus. Rico, jetzt! Jetzt! Warte, noch ein bisschen Leben. Nein, du stirbst. Wir haben es geschafft. Es ging ja leicht. Ich habe schwere Erinnerungen. Warum? Alter! Sie können mir nichts anhaben, Rico Rodriguez. Ich bin Sebastiano Di Ravello. Ich werde nicht brennen. Ich werde nicht sterben. Ich... Sie... Sie... Elender Mistkerl! Wenn Sie meine Herrschaft behenden, stürzen Sie ein ganzes Landeschaos. Medici wird ohne mich untergehen. Gut, aber eins sollten Sie wissen. Es war Ihr Tom Sheldon, der alles eingefädelt hat, was mich an die Macht gebracht hat und Sie zum Weißen gemacht hat. Ich war eine Enttäuschung für mein Volk. Ich war eine Enttäuschung für mich selbst. Ich habe zugelassen, dass diese imperialistischen Hunde über Medici und mein Volk bestimmen konnten. Und das war ein gewaltiger Fehler. Oh ja, das war ein gewaltiger Fehler. Meine Herrschaft begann in Flammen Rico Rodriguez. Und jetzt endet sie auch in Flammen. Tschüss! War schön, nicht gekannt zu haben. Nicht. So. Mission beendet! So und von Medici. Ja, jetzt riecht schon ein Flugzeug freigeschaltet. Das ist totaler Quatsch. Okay. Das war Just Cause 3. Mit dem großen Finale. Ähm. Ja. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ähm. Ja, was ich dazu zu sagen, ist ziemlich lang das Spiel auf jeden Fall. Also wer auf jeden Fall viel Spaß und ein langes Spiel haben will, auf jeden Fall eins, was man spielen muss, wenn man lang spielen will in einem Spiel. Ist aber auch ein Spiel, das ab und zu mal irgendwann sagt, so, äh, geh mir grad nicht auf die Nerven mit dem Spiel. Ich mach grad ein anderes Spiel mal. hat ja was mal. Auf jeden Fall, das war jetzt nicht die letzte Folge, die jetzt gekommen ist. Es werden jetzt noch ein paar extra Folgen kommen, wo ich jetzt Fragezeichen suche und paar noch Herausforderungen versuche. Die sind aber extra Folgen. Das ist jetzt nicht, äh, nichts Besonderes, was jetzt da kommt. Vielleicht vielleicht auch irgendwelche Fahrzeuge frei oder so. Ja. Dann will ich gerne mal jetzt geht mal vorspulen und da steht über springen. So. Weil Rico wollte ja noch an den Strand. Und das zeige ich noch. Diesen schicken Strand. Man muss den jetzt nicht jeden zeigen, der da mitgearbeitet hat. Sind alles sicher super Leute. Ich kenne zwar keinen persönlich davon, aber Okay. Okay, das ist der schicke Strand, den der meinte. So. In Ordnung. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht die extra Folgen sehen wollt noch. Oder bei anderen Projekten, die hier bei uns auf dem Kanal laufen. Also bis dahin. Ciao.